Willkommen zurück bei Crusader Kings 3 und bald ist es soweit. Der neue DLC Roads to Power wird released am Ende September und ich will euch einmal zeigen, was dieses Ding so in sich hat, denn da kommt einiges auf uns zu. Wie es sich dann ausspielt, werden wir natürlich sehen, aber so, dass ihr schon mal wisst, was ihr erwarten könnt, ob sich das vielleicht preislich lohnt, ob ihr daran Interesse habt. Also bleibt dran, wir schauen uns das Ganze mal Schritt für Schritt an und ich gebe auch ein bisschen meinen Senf dazu. Bevor wir zum dicken Block kommen, wenn es um die Game Mechanics geht, gehen wir erstmal auf den neuen Startzeitpunkt ein. Ihr könnt jetzt in 1178 starten, also im späten Hochmittelalter. Und natürlich sieht die Karte dementsprechend historisch gewandelt aus. Wir haben ein paar bekannte Namen, die man sehen kann, wenn es zum Beispiel da um das Bizantilische Reich geht, wo sich auch der Fokus hier verlegt, kämpfen wir gerade massiv gegen die Zeltschuken, die uns zurückdrängen, während wir zum Beispiel mit Tamar spielen können, die man vielleicht aus Civilization VI kennt, denn die ist da eben eine Herrscherin von Georgien. Es gibt verschiedene andere Strategos, die man da spielen kann oder eben den Sultan der Zeltschuken selber, was natürlich schon mal eine ganz spannende Geschichte ist. Nebenbei sind wir aber auch noch spannender dabei, dass hier wirklich Kreuzzug Königreich sich gegründet haben, die Christlichen. Das heißt, Jerusalem und ein paar andere Gebiete sind tatsächlich noch unter christlicher Herrschaft. Das heißt, ihr könnt einen fiesen Staat annehmen und da unten richtig schön den ganzen Osten aufmischen und das israelische Reich ausbauen. Das ist sehr spannend, ist historisch halt auch tatsächlich so geprägt. Wir haben von Civilization dann tatsächlich noch den Timodjin, den kennen wir ja auch wahrscheinlich nicht. Der Spawn ist nicht mehr um 1200, wenn wir hier anfangen, sondern den könnt ihr in der Mongolei tatsächlich als Jugendkind selber spielen und müsst da nicht irgendwie Mord für verwenden. Und habt da auch nochmal einen neuen coolen Staat, den man auf jeden Fall angehen kann. Ich hoffe, dass man dafür auch ein paar Entscheidungen mitbegeben bekommt. Wissen wir aber noch nicht. Außerdem könnt ihr mit Eleonore von Aquitanien in England und Frankreich ein bisschen Chaos stiften, denn die hat eben auch eine wichtige Rolle. England und Frankreich sind ja, oder Frankreich ist gespalten durch eben Erbgeschichten und dadurch hat England einen großen Teil dieses Gebiets. Die Bärische Halbinsel ist auch sehr zerfallen, ist auch noch viel von den Moslemen eingenommen. Da kann man sich auch nochmal durchkämpfen. Also gibt es da auf jeden Fall einige neue Staates, die man mitnehmen kann. Aber ich weiß, die meisten sind hier wegen eben den Mechaniken und deswegen steigen wir direkt mal in die Mechanik ein. Und die wohl wichtigste Mechanik ist die administrative Regierung. Die soll natürlich dem Byzantinischen Reich durchaus Flavor geben, also irgendwie neue Methoden, eine neue Regierungsart geben. Aber schon mal das Beste vorweg, ihr könnt diese administrative Regierung auch per Option bei anderen Ländern reingeben. Und zwar, wie sie es im Video nennen, allen, die einigermaßen zivilisiert genug sind, um das zu tun, also eine administrative Regierung zu haben. Zum Beispiel können wir das auch in Ghana anwenden und allen anderen Königreichen, die hier gerade so angezeigt werden in diesem Video. Werden wir dann sehen, wie genau das ausspielt. Es sah auf jeden Fall so aus, als wenn ja sehr vielen Reichen diese administrative Regierung direkt mitgeben können, um halt direkt damit loszuspielen und nicht nur im Byzantinischen Reich zu spielen, was ich zum Beispiel relativ farblos für mich finde, weil es viel zu einfach ist. Und deswegen könnt ihr direkt sagen, ich kann irgendwo in Afrika damit beginnen und diese neue Regierungsform nutzen. Und wichtig dabei ist eben, dass es ein Ersatzsystem zum Feudalsystem sein soll oder Clan-Regierungen auch. Das heißt, ihr habt eigentlich eine neue Regierungsform. Was natürlich schon ziemlich krass ist. Wie balanciert das Ganze ist, werden wir dann noch sehen. Was kann ich in der administrativen Regierung erstmal alles leisten? Ja, es ist sehr viel, kann man schon mal sagen. Ich werde ganz sicher viel vergessen. Ich habe hier keine Copy oder sonst was bekommen. Ich kann nur das nehmen, was in den Videos gezeigt worden ist, um es für euch einigermaßen zusammengepresst zusammenzufassen. Also gerne ein Like dafür und ein Abo. Das würde mir helfen. Das würde vielleicht auch euch helfen, wenn ihr solche informativen Videos haben wollt. Oder auch eben andere Tutorials. Ihr kennt den Quatsch. Auf jeden Fall, die administrative Regierung bringt eine neue, typische generische Ressource ein. Und das ist eben der Einfluss. Den Einfluss kennen wir eigentlich ja aus allen Paradox-Spielen. Hier ist er nur dann da, wenn ihr eine administrative Regierung habt. Was ich schon mal gut finde, dass die Ressource nicht für jeden einfach da eingeführt wird, sondern eben für den Fall, dass ihr wirklich diese Regierungsform benutzt. Diese Ressource Einfluss wird benutzt, um eben in dieser Regierungsform sein eigenes Standing zu verbessern, also seinen Einfluss, seine Möglichkeiten als Gouverneur, zum Beispiel Allianzen vorzuschlagen, seinen Lehnsherren irgendwelche Vorschläge zu machen. Also da braucht man nicht Prestige wie in anderen Regierungsformen, sondern eben diesen Einfluss. Außerdem gibt es eine neue Methode, die dazu gehört, nämlich Schemes zu verführen, also irgendwelche Ränkespiele. Und das sind die politischen Ränkespiele. In diesen politischen Ränkenspielen könnt ihr halt andere Personen innerhalb dieses Reiches oder als Gouverneur innerhalb dieser administrativen Regierung auf jeden Fall zum Beispiel einen schlechten Ruf geben. Ihr könnt deren Estate, also deren Herrenhäuser plündern, wozu ich gleich noch komme, keine Sorge. Und vieles andere. Ihr könnt auf jeden Fall sehr viel unternehmen mit diesem Einfluss eben und diesem neuen Ränkespiel. Wichtig dabei vielleicht noch zu erwähnen, das Ränkespiel übersprreibt nicht feindselige Ränkespiele und die persönlichen Komplotte, sondern tatsächlich ist es eine eigene Komplottart, eine eigene Komplottart, die ihr zusätzlich ausführen könnt. Ihr müsst also nicht darauf verzichten, eure großen Widersacher zu töten. Ihr könnt das zusätzlich noch tun. Dazu habt ihr aber dann die Möglichkeit, eben politische Komplotte zu machen und die kosten euch eben Einfluss. Und die bringen alle möglichen Boni mit. Ich will jetzt nicht auf jedes einzelne dabei eingehen. Ich habe ja jetzt ein paar Beispiele genannt. Ich glaube, damit kann man ganz gut klarkommen. Dieses Ränkesystem ist auch überarbeitet worden. Das sieht man vielleicht jetzt hier im Hintergrund, lasse ich ein paar Videos laufen. Da sieht man, dass man jetzt mehrere Agentenslots hat, die gefüllt werden können und die dann ganz sicher Vor- oder Nachteile mit sich bringen. Vor allem natürlich Vorteile, die Agenten. Man sieht nochmal wesentlich mehr aufgedröselt, welche Phasen es gibt und wie hoch die Sicherheit ist und so weiter. Auch das ist tatsächlich neu. Ich glaube aber, dass das tatsächlich auch mit dem Patch kommt und nicht nur mit dem DLC. Ihr könnt mich aber gerne da korrigieren. Wir werden es ja sehen. Ihr könnt dann eben in dieser administrativen Regierung einen Posten haben. Dieser Posten hat immer ein gewisses Thema. Und diese Themen können halt von ganz einfach bis irgendwie zum Beispiel jemand sein, der die Grenzen sichert über jemanden, der halt die Administration übernimmt, also die Verwaltung übernimmt. Und jedes Thema muss halt bestimmte Fähigkeiten aufweisen und euer Gouverneurskill ist tatsächlich eben etwas, was ihr wie zum Beispiel Jagd oder die Pilgerschaft dann aufleveln könnt, wodurch ihr verschiedene Boni kriegt, wodurch eure Eignung als Gouverneur sich erhöht. Und das gehört eben elementar zu diesem Einflussspiel, weil ihr eben Einfluss nur passiv generieren könnt und das eben erhöhen könnt mit verschiedensten Trades, auch mit einem neuen Hofamt zum Beispiel. Nämlich es gibt auch ein neues Ereignis, wozu ich gleich noch komme. Und da gehört zwischen der Buchmacher dann dazu. Der kann euch dann eben euren Einfluss erhöhen und damit könnt ihr diesen Einfluss nutzen, um eure Stellung zu verbessern. Diese Themen sind je nach Herzogtum, also unterteilt in den einzelnen Regierungen, sag ich jetzt mal, es wäre Königreich Ghana und ihr hättet jetzt Manding als Herzogtum, dann würde das Herzogtum dann eben ein Gouverneurstitel haben. Und dieser Gouverneurstitel kann euch überreicht werden, wenn ihr eben der Vasall seid oder ihr könnt ihn überreichen, wenn ihr Lebensherr seid. Der Lebensherr kann diesen Titel auch immer wieder wegnehmen. Und die Nachfolge bei diesen Themen ist sogar etwas speziell. Ihr müsst nämlich gewisse Eignungen haben, ihr müsst erstmal mächtig sein, ihr müsst ja gewisse Charakteristiken haben, ihr müsst einen guten Verwaltungsskill haben und so weiter und so fort. Und danach wird entschieden, wer dann als Nachfolger eben dieses Thema bekommt. Ähnlich wird es auch beim imperialen Level sein, also beim Lebensherrn, dass ihr da die Eignung habt, die natürlich trotzdem aus der näheren Umgebung eben dieses Herrschers kommen. Ihr könnt euch aber vorstellen, dass das schon mal ein paar Probleme mit sich bringen kann, wenn man eben nicht geeignete Kinder hat, die vielleicht katastrophal aufgezogen worden sind, das kennen wir alle, und die dann tatsächlich vielleicht diesen Titel verlieren und der geht dann in den Zweig eurer Dynastie, die ihr gar nicht haben wolltet. Das kann natürlich vorkommen, aber ist natürlich auch eine interessante Geschichte. Verhindern könnt ihr das zum Beispiel wieder mit den Komplotten, eben diesen politischen Komplotten. Da könnt ihr Einfluss nehmen darauf, wie der Ruf von verschiedenen Nachfolgern ist, wie euer eigener Ruf ist und so weiter und so fort. Bevor wir jetzt dann noch großartig reingehen, da gibt es natürlich noch viele Punkte, zum Beispiel, dass man die administrative Regierung annehmen kann, dass es mächtige Familien gibt. Das muss man aber alles sehen, wie sich das im Spiel ausspielt. Gehen wir lieber mal auf den Familienbesitz. Der Familienbesitz ist eben euer Zentrum. Hier herrscht ihr von eurem Haus aus und diesen Familiensitz habt ihr auch wirklich nur, wenn ihr das Haus oberhaupt seid, also Dynastie oberhaupt seid sogar. Und diesen Familiensitz müsst ihr euch tatsächlich nicht so vorstellen, wie ein festen Palast. Ihr könnt den tatsächlich umziehen und bewegen, also ihr werdet den auch nicht irgendwie dauerhaft verlieren, sondern den baut ihr über Generationen auf, was ich schon mal eine ziemlich coole Sache finde, denn ihr habt sehr viele Abweileitungen da, was ihr für Gebäude da bauen könnt. Ihr könnt dieses Anwesenheit dauerhaft erweitern, mit ganz vielen verschiedenen Gebäuden, die tatsächlich auch verschiedene Branches haben, also verschiedene Abzweigungen teilweise, wo ihr dann wiederum andere Boni bekommt, als wenn ihr die andere Abzweigung wählt. Ihr müsst auch überlegen, es gibt mehr Gebäude als Slots, also als Bauplätze. Und deswegen müsst ihr gut überlegen, was will ich denn jetzt hier bauen. Den Familienbesitz, soweit ich verstehe, gibt es nur in der administrativen Regierung und nicht irgendwo anders. Es steht nämlich nochmal ganz klar hier auf der Seite im Steam, um deine Macht und dein Einfluss in einem administrativen Reich zu stärken. Nirgendwo anders könnt ihr diesen Familienbesitz haben. Ist also wichtig, da zu verstehen, sobald ihr irgendwie erobert werdet von jemand anderem oder die Regierung halt nicht spielt, könnt ihr diesen Familienbesitz, soweit ich es zumindest verstanden habe, nicht nutzen. Das müsste man aber auch nochmal sehen, ob man es vielleicht irgendwie doch noch behalten kann, wenn man erobert wird oder sowas. Werden wir dann sehen. Auf jeden Fall könnt ihr dann eben ganz viele verschiedene Methoden haben, wie ihr das aufbaut und auch strategisch vorgehen. Ob ihr jetzt auf Entwicklung, auf Gold, auf Ränkespiele geht. Ihr könnt auch Gebäude wieder zerstören, außer das Haupthaus natürlich und damit natürlich wieder eine andere Strategie verfolgen. Die Kosten, die man im Video sieht, sind teilweise sehr stattlich. Das ist also eine zusätzliche große Investition, die ihr da tätigt. Aber es hält eben auch wirklich über Generationen hinweg. Und wenn wir schon bei eurer Familie sind oder Dynastie, ihr könnt jetzt verschiedene Attribute hinzuteilen. Bei eurer Familie ähnlich diesem Hauseinigkeit, die ihr bei den Clans schon hattet. Hier könnt ihr zum Beispiel sagen, bessere Bildung, bessere Intrige, bessere Verwaltung, besseres Militär, mehr Steuern und so weiter und so fort. Ihr könnt also einen Fokus für eure Dynastie bzw. Haus festlegen. Und das könnt ihr auch, soweit man es im Tutorial sehen konnte, alle sieben Tage tun. Was schon ziemlich krass ist, weil wenn ihr zum Beispiel gerade einen Kampf führt und euren Attribut dann gerade auf Kampf legt, könnt ihr noch ein bisschen mehr Kampfkraft für euren Leader, also Anführer herausholen, wenn ihr eure Familie natürlich da einsetzt. Was schon ein sehr cooler Vorteil ist. und man auf jeden Fall beachten sollte und mitnehmen kann. Und fast zum Schluss will ich auf jeden Fall noch einen der wichtigsten Änderungen aufbühren, nur um euch noch ein bisschen zu baiten. Denn wir haben tatsächlich neues Kriegsvolk. Erstmal sehen wir generell, wenn wir auf die Listen gucken, die wir in dem Tutorial sehen, dass tatsächlich mehr Kriegsvolk hinzugefügt worden ist. Zum Beispiel was wie Berlisten, dass wir sowas wie Akritai dazu bekommen haben, die verschiedene Fähigkeiten haben. Aber wichtig dabei ist vor allen Dingen, diese Kriegsvölker sind und je nach Titel anzuwenden. Das heißt, diese Kriegsvölker baut ihr nicht für eure eigene Armee, so wie normalerweise alles euer Kriegsvolk, sondern ihr baut die für die Titel. Diese Titel, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Athen, hat dann ein Kontingent an Kriegsvolk und ersetzt dann eben sehr viel von diesem schmutzigen Aufgebot, was wir sonst immer haben. Dadurch sollte die Armee deutlich stärker werden, weil ihr eben dieses Kriegsvolk da einsetzen könnt. Was ja alle, also alle in Athen, können dann dieses Kriegsvölker auch benutzen, sich zu verteidigen, anzugreifen und damit eben zu arbeiten. Und ihr könnt das dann, ja ich sag mal, real, also bereichübergreifend auch wirklich beitragen, also bauen und dann eben dieses Kontingent, was ihr zusammengebaut habt, auch wirklich anwenden, oben eben Verteidigungskriege durchzuführen, Angriffskriege durchzuführen und so weiter. Und diese Sache kann halt ziemlich krass werden, wenn sie nicht gut balanciert ist. Denn es kann sein, dass diese Kriegsvölker halt so stark sind, dass ihr teilweise diese ganzen Thema, also diese verschiedenen Herzogtümer, wo die Truppen ausgekommen worden sind, nicht wirklich besiegen könnt. Die Frage ist dabei, kann man diese Kriegsvölker stationieren? Ich glaube nicht, dann sind sie nicht ganz so krass, aber eben trotzdem noch deutlich besseres Aufgebote. Und das finde ich schon eine sehr spannende Änderung. Es ist halt die Frage, wie weit sich das aussieht, wenn es nur Byzanz betrifft, von der KI her, wird es wahrscheinlich nicht so große Auswirkungen haben, als wenn wir wirklich alles administrativ setzen. Ihr könnt aber in Einstellung, das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, viele Reiche einfach eine administrative Regierung geben und dadurch hättet ihr die Möglichkeit, wenn das eben sehr stark ist, euch auch nochmal eine krasse Herausforderung zu geben, zu sagen, jedes Königreich hat eigentlich dieses besondere Kriegsvölker. Und dann, bevor es tatsächlich mit dem nächsten DLC wohl diese Wandering Nobles gibt, also die Erweiterung dieses ganzen Prinzip kommt jetzt schon dazu, dass wir ein Leben als Abenteurer führen können. Das heißt, wir können frei über die Karte schweifen und keine Grafschaft oder kein Herzstum haben. Wir können uns tatsächlich trotzdem sesshaft machen und da ist auch noch interessant, inwieweit das sehr immer ist. Vielleicht kann man extrem hohe Reichtüme angehäufen durch Aufträge, die man eben erledigen kann. Das können Aufträge sein, die euch verschiedene administrative Aufgaben stellen, die militärischer Natur sind und halt viel mit Textfenster und Rollenspiel zusammenhängen. Aber wirklich die Frage für mich persönlich ist dann eben, ist neben dem Rollenspielaspekt das Ganze balanciert, sodass ich gut einsteige, wenn ich mich sesshaft mache. Ist es so balanciert, dass es auch Spaß macht, das länger als zwei, drei Jahre zu machen oder ist es tatsächlich so, dass es relativ schnell fade wird und dass ihr sogar einen riesigen Nachteil habt, wenn ihr den insesshaft werdet. Das bleibt aber abzuwarten. Was ich gesehen habe an interessanten Featuren dabei, ist auf jeden Fall, dass ihr sowas wie Kriege, wie Auflösungsfraktionen und sowas unterstützen könnt, um zum Beispiel Reiche auseinanderbrechen zu lassen, was vielleicht ohne eure Hilfe nicht möglich wäre. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ihr hättet dann statt dieses Landbesitzes oder Familienbesitzes, hättet ihr eben ein Lager und das Lager könnt ihr ähnlich ausbauen. Die Stats waren ganz interessant aus in dem Tutorial. Es gibt auch so die Möglichkeit, dass ihr gesetzlos werdet und dadurch eben auch von anderen Reichen verfolgt werdet und sowas. Das ist eigentlich das Thematischste dabei. Selber so einen richtigen Talentbaum gibt es da jetzt nicht. Aber ihr könnt halt euren Lebenswandel auch nochmal angepasst an dieses Leben als Abenteurer sehen. Das gibt auch nochmal eine große Veränderung. Wie weit das jetzt wirklich, wie gesagt, Spaß macht, interessant ist oder auch vielleicht sogar ein krasser Einstieg ist, damit man sich einen großen Vorteil erwerben kann, das wird sich alles noch zeigen. Ich werde das Ganze natürlich auch streamen. Da könnt ihr gerne vorbeikommen auf Twitch und mir ein Follow da lassen und einfach mal zuschauen, wie sich das Ganze spielt. Vielleicht könnt ihr dann auch nochmal Eindrücke gewinnen, ob das gut oder schlecht ist und eure Meinung dann selber bilden. Als letztes können wir noch erwähnen, dass es ein neues Event, ähnlich wie Prachtturniere und so geben wird, nämlich das Rennen, das Pferderennen. Da könnt ihr eben auch diesen Buchhalter mit einsetzen. Ihr habt auch einen designierten Wagenfahrer für euch, der eben dieses Event für euch da mitmacht. Ihr könnt da Wetten platzieren und damit Geld verlieren oder Geld gewinnen. Und das ist eben nochmal so ein ähnlich großes Event wie bei Tours and Tournaments. Ich bin nicht sicher, ob das für alle gilt oder ob das nur für administrative Regierungen gilt. Werden wir sehen. Außerdem gibt es noch so was Kleinigkeiten, wie dass ihr jetzt auch eine Staatsreligion habt, die beim administrativen Regierungsformen eine Rolle spielt. Diese Staatsreligion könnt ihr ändern, dadurch könnt ihr besser konvertieren und so weiter. Und ihr müsst eben daran denken, dass ihr natürlich als Lehnse, also jetzt als Reichsführer, jetzt zum Beispiel im Byzantinischen Reich, natürlich eurer Gouverneure tatsächlich auch Anweisungen geben könnt. Ihr seid da selber auch immer in den Schwankungen unterlegen, könnt auch selber politischen Komplotten zum Opfer fallen und habt halt mächtige Familien, die ihr verwalten könnt und müsst, damit ihr eure Stabilität beherrscht. Das heißt, ihr seid natürlich ähnlich, wie es im normalen Spiel schon war, sehr, ja, wie soll man sagen, austauschbar, wenn ihr Pech habt und das Reich nicht gut kontrolliert. Und das war es eigentlich. Ich könnte mir sagen, was eure Meinung dazu ist. Preislich weiß, wissen wir nicht, wo es hingeht. Ich glaube, dass es schon um die 30 Euro sein wird, was ich schon ziemlich krass finde. Da ich aber diese Regierungsform übereinstellen kann und da schon einige Neueren da sind, kann man damit vielleicht leben. Das müsst ihr aber selber wissen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ihr kennt den Algorithmus. Der ist gierig. Und gerade, wenn ich so ein neues Format wie das jetzt hier mache, dann haut bitte auch wirklich rein in den Like-Button und Kommentaren, wenn ich sowas weiterhin für die DLC machen soll, die vom Paradox rauskommen oder Civilization. Meine persönliche Meinung jetzt vorab, kann ich sagen, ich finde die Regierungsform sehr cool, dass man sie halt auch 867 anwenden kann. Für späte Zeitpunkte bin ich nicht so zu gewinnen. Ich muss aber sagen, dass dieser historische Zeitpunkt schon sehr krass ist, weil man eben als Kreuzfahrerstaat starten kann. Das macht mir schon Spaß. Und die Verwaltung, Sie haben es ja bewusst gesagt, ist eine Min-Maxing-Verwaltung, also Regierungsform, ist schon auch sehr spannend. Bin mal gespannt, wie es sich ausspielt, ob es zu nervig ist oder ob es zu krass ist oder zu schwer ist, damit zu spielen. Was für mich auch noch spannend wäre, und da könnt ihr auch mal eure Meinung sagen, das sind dann die neuen Erfolge, die neuen Achievements, die man dann vielleicht jagen kann. Gibt es da was Spannendes, was wir auch mal auf Stream spielen können? Da könnt ihr dann gern bei Twitch vorbeikommen. Naja, ich verlasse euch jetzt und vielen Dank fürs Zuschauen. Hau rein.